Wenn es um die Themen Bauen und Sanieren geht, ist die Firma Deutinger Bau aus Saalfelden ihr kompetenter Ansprechpartner. Persönliche Beratung und Betreuung, Vertrauen und Handschlagqualität sowie Erfahrung und Kompetenz sind die Erfolgsbausteine des aufstrebenden Familienunternehmens, das sich auf die Errichtung von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Sanierungen aller Art spezialisiert hat. Hinzu kommen noch diverse Spezialarbeiten, wie der Zubau beim Berggasthof Huckenberg zeigt. Das Bauformengasthof Huckenberg war für mich sicher ein Paradebeispiel. Da haben wir zahlreiche Arbeiten geleistet, zum Beispiel alles in Stahlbeton, im Innenbereich alles mit Waschelputz verputzt, Verschönerungen in Form von altdeutschen Ziegeln, im Außenbereich mit Handbau, Mauersteine. Ein breites Feld an Tätigkeiten also, das zur vollsten Zufriedenheit des Kunden umgesetzt wurde. Was uns natürlich sehr, sehr motiviert hat während des Umbaus, ist das die positive Energie, was von der Firma ausgegangen ist, mit dem Kopf, mit dem Günther voraus natürlich, flexibel, spontan, Haufen Adressen in seinem Telefon gebracht, was uns da sehr geholfen hat und wir würden und wir werden natürlich in Zukunft weiter mit ihr arbeiten. Neben dem Gasthof Huckenberg ist die Wohnanlage Storna Meerblick in Saalfelden mit 15 luxuriös ausgestatteten Wohneinheiten ein weiteres Aushängeschild von Deutinger Bau. Auch weil es das erste überhaupt nach der Firmengründung war. Ja, wir sind über Bekannte auf den Deutinger Bau gekommen, haben nachher mit dem Deutinger Günther das Erstgespräch geführt. Er hat uns da sehr gut beraten, auch das Ganze drumherum betrifft. Es war für uns das erste Bauprojekt. Man hat gewisse Sachen, wo man nicht so Bescheid weiß und muss ich wirklich sagen, der Herr Deutinger hat uns da sehr gut beraten und auch die ganze terminliche Sache und so weiter ist äußerst zufriedenstellend gewesen und müssen wir wirklich sagen, wir haben es bis heute keineswegs bereitet. Deutinger Bausaalfelden, Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es ums Bauen und Sanieren geht.